Perfektes Wanderwetter heute rund um den Dachstein, da sind die Leute von nah und fern zum Gipfeltreffen gekommen. Zum vierten Mal haben wir das Radio Steiermark Gipfeltreffen mit 16 Gruppen rundherum bei den Hütten mit Gästen aus der Schweiz, aus Deutschland, Holland, aus anderen Bundesländern. Wir taugen uns, dass wieder so viele Leute da sind, dass wir Gaudi haben. Ja, Läumner, keine natürlich, Lenz, Karli Lenz. Das Volkskulturteam wurde vorgestellt, danach wurde der Frühschoppel gefeiert. Das Essen und Trinken sind nicht zu kurz gekommen und man konnte sich auch mit regionalen Spezialitäten eindecken und sich über Radio Steiermark genauer informieren. Außerdem wurden dann die einzelnen Musikgruppen vorgestellt, die auf die Hütten geschickt wurden zu den musikalischen Gipfeltreffen.